Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Unfrosted von und mit Jerry Seinfeld, der seit dem dritten Mal exklusiv bei Netflix zu sehen ist. Ich bin Nestu und heute an meiner Frühstückstafel ist zum einen der Zero. Hallo Zero. Guten Morgen. Und das, ja, menschgewordene Peanut Butter Jelly Sandwich, was jeden Morgen versüßt. Theresia, hallo. Gott, da kriege ich ja, ich kriege jetzt schon Zornschmerzen. Hallo. Hallo. Ja, Unfrosted ist, ich bin mir gerade unsicher, ich glaube es ist der erste Realfilm, bei dem Jerry Seinfeld der Regie geführt hat, hat ja davor schon diesen B-Movie gemacht, diesen Animationsfilm, der nicht so erfolgreich gewesen ist und meiner Meinung nach auch nicht so gut, aber eins muss man ja sagen, Jerry Seinfeld ist schon mal eine Marke, der ja wirklich in den 90ern mit seiner Serie Seinfeld wirklich unglaublich populär war. Meine Frage an dich, Zero, kennst du Jerry Seinfeld und wie stehst du zu ihm? Also, ich bin ja ein alter weißer Mann und dadurch habe ich die ganzen Fitcoms damals alle mitbekommen und auch ein großer Fan von Seinfeld, aber der Boom war ja dann irgendwann ab 2002 auch in Deutschland vorbei. Wir sind ja mal ein bisschen später drin als die USA und ja, das ist wie das ganze Projekt Projekt jetzt, der ganze Film. Ich sag mal, es ist ein bisschen too late to the party und ich finde ihn witzig sein, das Stand-Ups, finde ihn als Schauspieler richtig erbärmlich und schlecht und halt, du hast B-Movie schon erwähnt, da hat er ja die Stimme zum Glück nur geliehen, fand ich jetzt auch dadurch nicht so berauschend. Ja, sonst mochte ich die Serie, um das mal so abzuschließen. Okay. Theresia, welchen Kontakt hattest du schon mit Jerry Seinfeld? Um ehrlich zu sein, sehr wenig. Also, ich habe ein paar Episoden der Sitcom gesehen, hat mich jetzt aber nicht so gecatcht. Also, ich weiß, dass er auch Stand-Ups macht, habe davon aber leider auch wenig mitbekommen oder mir nichts angesehen. Von daher, also ich kenne ihn, ich weiß, dass er in Amerika halt eine Größe ist, aber selber war ich jetzt nie so wirklich Fan. Ja, geht mir ähnlich. Also, ich habe ein paar Folgen Seinfeld gesehen, ich habe jetzt immer wieder versucht, da reinzukommen. Ich habe nie so richtig verstanden, was so das Tolle daran sein soll. Nicht, dass ich es schlecht fand, aber ich hatte schon immer, ähnlich wie bei Friends, die ich auch erst spät für mich so nicht entdeckt habe, aber versucht habe reinzukommen, das Gefühl, das ist so ein Zeitgeist-Ding, was, glaube ich, Ende der 80er und im Laufe der 90er wunderbar funktioniert hat. Aber jetzt für mich in Diesseits, nenne ich es mal, einfach nicht so richtig, ja, es hat sich dick gemacht. Ich war trotzdem gespannt auf Unfrosted, denn ich mag Filme, die eine Geschichte erzählen, die eigentlich total gaga ist, die aber durchaus einen gewissen Wahrheitsgrad hat, denn es geht hier um die Geschichte der sogenannten Pop-Tarts. Jetzt muss man kurz, glaube ich, erklären, Pop-Tarts, was ist denn das überhaupt? Denn ich glaube zwar, sie gibt es auch in Deutschland, ich meine auch mal, dass ich als Kind hier und da mal einen gegessen habe, aber sie haben ja bei uns nicht so den Stellenwert wie jetzt in den USA. Theresia, du bist unsere Frühstücksexpertin. Pop-Tarts, was ist das eigentlich? Gute Frage, weil gut, dass ich den Film umschalte, weil sonst wüsste ich es nämlich jetzt nicht. Ich hörte den Begriff immer in diversen Filmen oder Serien, wo Kinder immer ganz begeistert von dem Zeug waren und ich habe mir immer gefragt, okay, was genau ist das bitteschön? Es sind anscheinend so Teigwaffeln, die man in Toaster stecken kann, wo innen auch noch Gelee drin ist und was dann anscheinend verdammt lecker schmeckt. Ja, genau. Kurz gesagt, es ist Zucker eingebacken in Zucker. Sero, hast du schon mal Pop-Tarts gegessen? Nee, und ich glaube auch gelesen zu haben, dass das nur für uns in Deutschland als Importware da ist. Also so großartig ist das ja nicht so das Ding hier bei uns. Also da haben wir den Amerikanern was mal nicht voraus, zumindest nicht das süße Zeug zum Frühstück. Es ist auch nicht so ein normales Frühstück, glaube ich, bei uns in Deutschland, dass du dir morgens halt gleich schon deinen Tagesbedarf an Zucker für die ganze Woche reinballerst. Das ist ja nicht so gang und gäbe. Ja, also es geht um Pop-Tarts, genauer gesagt um die Einführung der Pop-Tarts, denn es gab damals wirklich so einen Konkurrenzkampf zwischen zwei Firmen, nämlich einmal die Firma Post, hat nichts mit Post zu tun, und einmal die Firma Kellogg's, die aber auch wir kennen, Cornflakes und wie sie nicht alles gemacht haben. Was haben die noch hier? Frosted Flakes, wie heißen die hier? Froot Loops, Smacks. Smacks, genau, Dankeschön. Also die kennt man auf jeden Fall auch bei uns in Deutschland, und zwischen diesen Firmen gibt es halt einfach eine Konkurrenz. Ist so ein bisschen wie, was ich, Microsoft und Apple, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und obwohl Kellogg's auf einer Welle des Erfolges halt reitet, haben sie ein bisschen Schiss, denn Post scheint was in den Hinten da zu haben. Und die Figur, die von Jerry Seinfeld gespielt wird, deren Namen mir gerade entfallen ist, findet auch heraus... Bob Cabana. Genau, Bob Cabana, vielen Dank. Findet auch rasch heraus, dass Post, ja, die sogenannten Pop-Tarts halt entwickelt und kurz davor steht, quasi die Produktion abzuschließen. Und er versucht jetzt halt eben, zum einen, dass Kellogg selbst Pop-Tarts produzieren kann und zum anderen natürlich auch die Konkurrenz zu behindern. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Wirtschaftskrimi. Ich würde aber mal sagen, der Part in dem Film, der in Anführungszeichen authentisch und real erscheint, ist ungefähr so groß wie, ja, ein Cornflake in einem Meer aus Milliarden von Cornflakes. Oder hattet ihr das Gefühl, dass Unfrosted uns eine wahrhaftige Geschichte erzählen will? Zero, wie ist es bei dir? Ähm, nee. Nicht ein Stück. Und hätte ich danach nicht irgendwie noch weiter nachgeguckt, hätte ich auch gedacht, dass das eigentlich alles erstunken und dialogen. Weil im Film selber kommt ja am Schluss irgendwie vor, dass es wirklich war von irgendeiner Erzählung. Wo ich denke, okay, dann ist der Rest ja alles erstunken. Aber ja, es fängt ja schon beim Namen an. Bob Cabana, der hieß ja eigentlich auch selber Post mit Nachnamen. Ja, ich glaube, Jim. Das wäre viel lustiger. Man hätte viel mehr coole Jokes machen können auf jeden Fall. Weil die ja gleich heißen dann. Wie lustig. Und, äh, ja, also, nee, so wirklich war das alles so hundertmal überspitzt. Also viel zu over the top für mich zumindest gewesen. Daria, hattest du damit gerechnet, dass der Film seine Geschichte auf diese überspitzte Art und Weise erzählt? Oder hat es dich auch ein bisschen verwundert? Ich habe schon mit sehr viel Übertreibung und Augenzwinkern, habe ich schon vermutet, dass die dort diese Geschichte erzählen. Aber ich hätte mir auch ein bisschen mehr Wahrheitsgehalt gewünscht und nicht nur, dass es halt eben diesen Konkurrenzkampf gab. Und der Rest, es waren nette Einfälle dabei, aber ab einem gewissen Punkt hat es mich dann irgendwie ein bisschen verloren. Ja, ging mir ähnlich. Also zu Beginn habe ich das alles echt irgendwie ganz amüsant und auch sympathisch und charmant gefunden, weil es wird ja auch so dargestellt, dass diese beiden Firmen auch in der gleichen Stadt sind. Also links ist halt Post, rechts ist dann Kellogg und die haben ja eine Entfernung von vielleicht 100 Metern. Das ist alles ganz amüsant. Das hat mich so ein bisschen in diesem teilweise, in diesem kindlichen Ästhetik auch ein bisschen an so, ja, Dr. Seuss oder so erinnert. Mein Problem ist aber, dass was auch die Resia gesagt hat, irgendwann reicht es dann auch mal, weil ich dachte mir, okay, ich erwarte jetzt hier keinen, nicht den Oppenheimer des Frühstücks, ja, wobei der Film durchaus gewisse Ähnlichkeiten hat, wie ich festgestellt habe. Aber gut, aber irgendwann ist es einfach genug. Irgendwann möchte ich dann auch mal, dass es Vorrang geht. Und ich hatte halt oft oder zu oft das Gefühl, dass der Film jetzt einfach nur, weil er halt eben die Stars hackt, hat einfach mir jetzt diese ganzen bekannten Gesichter vor die Nase, hält die in total übertriebenen, teilweise auch absurden Rollen agieren. Und das ist eigentlich quasi alles, was er mir bietet. Wenn ich herunterbreche, was dieser Film letztlich erzählt, er erzählt eigentlich gar nichts. Er erzählt mir nur, guck mal, da ist zum Beispiel Hugh Grant und er trägt ein lustiges Tigerkostüm. Das ist amüsant. Aber nach so einer Dreiviertelstunde, Stunde dachte ich mir nur so, boah, mittlerweile macht es nicht mehr so viel Spaß. Wie war es bei dir, Zero? Ich kann ja hundert Prozent zustimmen. Obwohl ich die Sachen alle um Hugh Grant herum fand, ich somit noch die Highlights. Also die haben mir wenigstens Spaß gemacht. Und wir hatten ja schon öfter mal so Filme, du wirst halt bombardiert mit Jokes und Jokes ohne Ende. Es bleiben ein paar hängen. Ich habe auch ein paar Mal so gelacht. Ich so, ja, ist lustig. Aber meiste Zeit verpufft das halt, weil es halt over the top ist. Und es sind irgendwie nur so, mir kam es so vor wie so eine SNL-Sendung mit so Snippets. Einfach da ein Joke rein. Nächste Szene springt auch einfach ohne Grund wieder irgendwo anders hin. Dann hast du so ein Werbemarketing, das für den Film gar nichts bringt, weil da wollten sie einfach nur noch ein Anspiel auf eine andere Serie machen. Ja, schön, aber das bringt den Film nicht voran und war ich auch nicht so überlustig. Ja, nee, also mir war es zu viel und zu unlustig. Und ja, nee, nicht mein Cup of Tart auf jeden Fall. Dieser Vergleich mit Saturday Night Live, also SNL, finde ich echt passend. Nicht nur, weil halt viele Gesichter von Saturday Night Live rumlaufen, sondern weil es auch wirklich, diese Szenen auch wirklich was so von Einzelsketchen haben. Da kommt dann die Idee, komm, wir haben jetzt einen lustigen Sketch, wo rauskommt, dass die Milchindustrie eigentlich die absoluten Gangster sind. Dann wird dann dieser Sketch ausgespielt und dann nächster Sketch. Ich hatte auch wirklich nie so richtig das Gefühl, dass hier narrativ was Durchgängiges erzählt wird. Eine Sache, finde ich aber, ist für mich ersichtlich gewesen. Ich hatte durchweg das Gefühl, dass die Leute, die da vor der Kamera stehen, das sind ja wirklich sehr, sehr bekannte Gesichter, die hatten schon alle irgendwie Bock drauf. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es so, ich bin ja dabei für den Paycheck, sondern ich bin ja gerade dabei, vermutlich um Jerry Seinfeld einen Gefallen zu tun, weil der in USA, wie gesagt, eine Comedygröße ist. Aber ich finde, die Spielfreude, die hat es letztlich bei mir so rausgerissen. Und ich sage, ja, Film ist jetzt wirklich kein großer Wurf, aber alleine halt, um diesen Leuten dabei zuzugucken, wie sie einfach Spaß haben, das lasse ich mir gefallen. Wie war es bei dir, Theresia? Ja, geht mir irgendwie ähnlich. Also mir ist es auch aufgefallen, es war Wahnsinn, wie viele bekannte und prominente Gesichter da mit aufgetaucht sind und was die für Ideen hatten. Hat mir alles gut gefallen. Man hat, wie du sagst, man hat auch gemerkt, dass die Spaß hatten. Also wie gesagt, die Szene, die mir auch irgendwie noch am meisten Spaß macht, war die mit den Werbetreibenden, die dann dort die Ideen gehabt haben, das Produkt zu vermarkten. Da muss man kurz einhaken. Vielleicht kennst du es nicht, aber das ist, glaube ich, die Szene, die, ja, ich würde sagen, noch die meisten Input hat oder Output haben wird, weil sie halt sehr deutlich auf eine andere bekannte Serie anspielt, nämlich auf Madman. Und die Fans von Madman werden diese Szene garantiert abfeiern. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wegen Spoilern, aber ich, der Madman nur so nebenbei gesehen hat, fand diese Szene auch mit am stärksten. Und ich war auch überrascht, dass sie existiert. Entschuldigung für die Unterbrechung, musste jetzt einfach sein. Ja, danke schön für die Unterbrechung. Ja, das ist eben auch was, also Madman, also die Kombination hatte ich jetzt nicht im Kopf, weil ich jetzt, also ich weiß, dass die sehr existiert, aber ich habe jetzt nicht keinen so großen Bezug zu der Serie, deswegen ist jetzt mir das gar nicht so aufgefallen, aber ich hatte trotzdem irgendwie Spaß mit der Szene. Ich fand halt auch dieses Zusammenspiel halt zwischen McCarthy und Seinfeld hat gepasst. Es gab halt so nette Gags, die mir halt dann sehr, ich fand halt da dann die Kantine bei Kellogg's, fand ich sehr lustig. Es gab schon dann immer Einfälle, die halt dann dieses Ganze drumherum, dass halt da nicht wirklich so eine Story erzählt wird, sondern gefühlt irgendwie, dann kommt die noch dazu, das ist dann hier noch die Milchmafia und dann haben wir hier die ganzen Zerialienfamilien so in der Art, so als ob sie irgendwie so eine große Mafia-Zusammenhalt aufgezogen ist. Da haben die Einfälle natürlich etwas drüber hinweggeholfen, finde ich. Aber so ganz rausgerissen hat es dann die Tatsache bei mir auch wieder nicht. Ich glaube sogar, dass es dem Film ganz gut tut, dass er auf Netflix ist. Ich glaube, wenn ich so, dass sowas im Kino geguckt hätte, käme ich, glaube ich, sehr enttäuscht raus. Und bei Netflix hast du halt immer so dieses so, ja gut, es ist halt noch Netflix, ne? Aber ich finde es ganz seltsam, weil ich hatte mich, ich kann nicht sagen, dass ich mich auf den Film gefreut habe, aber ich fand halt eben seine Prämisse unglaublich interessant. Ich sagte ja schon, dass ich sowas, solche Geschichten eigentlich total spannend finde. und ich finde es auch schön, dass er sich komödiantisch so draufgestürzt hat, aber irgendwie denke ich mir jetzt trotzdem, boah, der Film hat mir eins klar gemacht, diese Geschichte ist unglaublich interessant, aber ich hätte sie, glaube ich, in einem weniger komödiantischen Korsett hätte mir besser gefallen. Oder, äh, Zero sieht sowas anders. Also ich hätte das auch lieber so gehabt, so a la Tetris, was wir ja schon hatten hier die letzten Jahre, da so ein bisschen Ersthaftigkeit rein. Natürlich sollen die Jokes nicht wegbleiben, das ist immer noch ein Jerry Seinfeld-Film, ne? Das hat man ja erwartet, dass da Comedy kommt. Ah ja, es ist halt zu übertrieben und ich weiß auch jetzt nicht, wer halt genau jetzt fürs Marketing die Gruppe ist, die das gucken soll. Also die meisten sind zu jung wahrscheinlich, die wissen nicht, wer Jerry Seinfeld ist und alle anderen Sachen, die da herkommen, ist es ja komplett so ein US-Markt, der abgegriffen wird, aber international ist da halt nicht viel zu holen, weil, sag mal, Pop-Tarts ist nicht das große Ding in Deutschland oder in Europa und ja, und Seinfeld wohl auch nicht mehr. Ein bisschen spät halt. Es ist halt so, dass Netflix vor ein paar Jahren, glaube ich, für fast eine Milliarde US-Dollar die Rechte an Seinfeld gekauft haben und Seinfeld halt immer noch eine unglaubliche Institution ist. Vielleicht nicht bei uns in Deutschland oder Europa, aber in den meisten englischsprachigen Ländern ist Seinfeld halt wirklich echt noch eine Bank. Ich glaube nämlich ganz ehrlich, dass, wenn es nicht Jerry Seinfeld gewesen wäre, dieser Film wäre niemals realisiert worden. Dafür ist das Drehbuch nicht gut genug und verspricht zu wenig und halt, wie du schon sagst, das Pop-Tarts ist halt wirklich auch jetzt nicht das Produkt, was man weltweit kennt. Das ist wirklich, glaube ich, ein Film, der existiert, weil Jerry Seinfeld, warum auch gerade eben den Tetris-Film erwähnt, dass wir in den letzten Jahren wirklich vermehrt Filme erschienen sind, die so in Anführungszeichen Firmen und Marken zum Thema hatte. Wir hatten ein R, wo es um Nike geht. Man kann auch sagen, dass Barbie ein Film war, der sich darum drehte. Tetris, wie du schon gesagt hast. Ganturismo, das kann man auch zuzählen. Und jetzt halt eben unfrosted. Und ich weiß gerade nicht so richtig, wie der Film seinen Kellogg verkauft, weil er ist halt schon, also so ein bisschen wie Barbie, sehr selbstironisch, auch mit der Firma Kellogg. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, nachdem der Film zu Ende war, dachte ich mir auch so, boah, jetzt eine Schüssel Frosted Flakes? Warum nicht? Ich hatte das bei dieser Kantinen-Szene. Ja. Wobei, das war die, mit einer der besten Szenen, kurzer Erklärung, Jerry Seinfeld und Mr. McCarthy essen dann eine Kartine und essen halt Cornflakes. Es gibt auch nur Cornflakes. Also es wird mir auch nichts anderes angeboten. Ja. Und die beschreiben halt, wie das so ist, so diese Cornflakes zu essen. Und ich fand das irgendwie, ja, das stimmt irgendwie, was sie so beschrieben haben. Ich dachte mir, ja, wenn ich Cornflakes esse, was nicht so häufig vorkommt, das fühlt sich so an, so dieses perfekte Gefühl. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Szenen, wenn du so nebenbei erfährst, wie sie Flutloops entstanden sind und da wirklich ganz klar gesagt wird, ja, komm, ist es halt einfach nur Zucker. Also es schwankt immer so zwischen Selbstironie und, ja, Verherrlichung des Produkts, weswegen ich mich schon frage, inwieweit Kellogg's da integriert war. Ich, ich, also ich finde, Anthrocess ist in der Hinsicht interessant, weil ich es nicht ganz genau einordnen kann, ob der wirklich als Werbesort schon konzipiert worden ist oder ob das mehr so zufällig ist. Ich glaube, ich hatte vorhin noch gelesen, dass der ohne finanzielle Unterstützung auf jeden Fall von Kellogg's hergestellt wurde. Ja, aber beim Ende ist es trotzdem ein leichter Werbefilm geworden. Was auch nicht schlimm ist, es ist halt ein okayes Produkt, es ist ein schönes Frühstück von Kellogg's Cerealien, kann man halt auch mal essen, ne? Man muss nicht immer nur gesund leben, Leute, lebt! Ja, es stimmt schon, also es ist halt auch dieser, der Kellogg's Chef kam jetzt manchmal auch nicht so gut weg, aber ja, ich glaube trotzdem, also so wie ich es jetzt bei uns gesehen habe, jeder hatte dann so das Bild im Kopf, oh ja, ich gehe jetzt gleich los und kaufe mir noch Milch und Kellogg's. Ich bin heute nach der Sichtung, ich habe den heute früh recht süß geguckt und musste dann noch einkaufen gehen und ich stand wirklich vor dem Regal und war lange überlegen, ob ich mir nicht irgendwie was, wie heißt es, Frühstück Cerealien holen soll. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich bin ein erwachsener und verantwortungsvoller Mann, ja? Ich mache nicht das, was mir die Firmen hier sagen, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch Bock drauf. Ja, Ziel irgendwie erfüllt das, ich glaube, Kellogg's kann sich so und so trotzdem über den Film freuen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was wir noch nur so halb angesprochen haben, ist halt wirklich der Cast, also der ist halt wirklich prominent, das haben wir gesagt, aber ich möchte, mal eben kurz so ein paar Namen reinwerfen, wo du klar bist, wie groß und prominent der Cast ist. Wir haben, wie gesagt, Jerry Seinfeld, wir haben Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Hugh Grant, Amy Schumer, James Marston, John Hamm, Jack McBearer, Max Greenfield, Christian Slater, Dan Levy, Bill Burr, Peter Dinklage, Fred Armisen, Maria Bakalova, also sehr bekannte Namen, auch wenn ihr ein paar Namen vielleicht jetzt nicht kennt, glaubt mir, die Gesichter kennt die alle. Und es ist schon so ein Schaulaufen. Deswegen, glaube ich, hat der Film auch vielleicht gute Chancen, dass er ein paar Tage länger in der Netflix Top Ten verbleibt, als jetzt nur die obligatorischen drei, vier Tage. Nichtsdestotrotz, und ich möchte gerne jetzt hier überleiten zum Fazit, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Ich kann noch einschieben über den Cast bei Hugh Grant, ist auch noch erstaunlich, er musste oder hat endlich mal wieder ein Casting-Video hingeschickt, was ja, also ein Schauspieler seiner Größe macht sowas nicht mehr, die brauchen das nicht, ne, sind bekannt genug, aber Jerry Seinfeld hat wohl auch sowas bestanden und da hat sogar Hugh Grant, der große Star, extra ein Casting-Video geschickt, weil der wollte da wohl unbedingt mitspielen, das bestätigt auch, was du gesagt hast, dass die da bestimmt alle Spaß dran hatten. Das fand ich auch schon mal merkwürdig für einen Star dieser Bandbreite. Ganz ehrlich zu Hugh Grant, ne, also ich war früher ja nicht der größte Hugh Grant-Film, mittlerweile macht der Mann auch nur noch Filme, wo er A, Bock drauf hat, oder B, wo er nicht weiß, was er das eigentlich tun soll und deswegen Spaß dran hat. Also Operation Fortune war ja großartig, dann Ranks war ja großartig, dann Frosted ist er großartig, Hugh Grant mausert sich, echt. Also, oh, natürlich Bonka, als Opa-Dumpa, auch großartig. Unser Herz für Hugh Grant. Gut, dann würde ich sagen, es ist Fazitzeit und ja, weil ich so viel geredet habe, fange ich einfach mal an und sage, ich war enttäuscht, äh, letztlich, das ist ein Film, der tut nicht weh, der geht auch mal gerade so 90 Minuten, um was für ein Netflix-Film echt verdammt kurz ist, ähm, den kann man sich gerne mal so zwischendurch mal angucken, aber wenn man bedenkt, wer hier alles vor der Kamera agiert, ist das Endergebnis dann für meinen Geschmack dann doch ein bisschen arg, ja, nicht so süß, wie es hätte sein können und deswegen, ich finde die nicht furchtbar, aber trotz allem muss ich sagen, vom Oppenheimer, der Frühstück-Serialien hätte ich mir dann doch ein bisschen was mehr erhofft. Und Theresia, wie sieht es bei dir aus? Ja, kann ich da mehr oder weniger auch zustimmen. Also ich habe mich über ein paar, wie gesagt, Ideen, Einfälle, die die im Film gehabt haben, sehr gefreut, sei es jetzt irgendwelche Anspielungen oder irgendwelche Gags, fand ich wirklich sehr amüsant. War auch überrascht, eben wie viele Stars da vorgekommen sind, auch wenn es dann zum Teil immer nur kurz war und ich manchmal auch gedacht habe, okay, wieso, weshalb, warum war der Auftritt jetzt so, hatte mir ein bisschen mehr, wie gesagt, mir haben wir schon von er oder so geredet, das war auch immer so Filme, die eine gute Mischung waren zwischen wirklich dieser echten Story und eben auch dem Witz. Das finde ich, da ging mir jetzt bei dem Film so ein bisschen die wahre Geschichte verloren. Er war unterhaltsam, in der Mitte etwas zäh und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt so viel von dem Film in Erinnerung behalten werde. Ja, so als Gesamtwerk war es nicht ganz so okay für mich. Ich hatte zwar den einen oder anderen Lacher, würde ihn aber trotzdem sagen, ey, Sonntagvormittag leicht verkatert, eine Schüssel Müsli auf dem Schoß, kann man sich das gut geben, obwohl natürlich immer nur eine unwichtige Figur auf die nächste ganz oft folgt, dann irgendeine Szene ohne Bewandtnis und ich bediene mich da gerne so einer Figur aus Seinfeld, dem Suppen-Nazi. Für mich einfach, no rewatch for you, next. Okay, gut, dann sind wir hier mit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, außerdem auf unserer Webseite www.tele-Stammtisch.de. Falls ich es nicht erwähnt habe, der Film läuft seit dem 3. Mai auf Netflix, das heißt, wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr ihn schon sehen. Also viel Spaß dabei. Ich sage auf Wiedersehen, tschüss, macht's gut. Der Zero sagt danach mit Tschüss und dann sagt die Theresia Tschüss, dann geht das letzte Wort. Tschüss. So, schon mal Tschüss, Anstu. Ich mache mal schnell Werbung eigener Sache auch mal, endlich mal. Auf Instagram könnt ihr Zero Plus Famous nämlich anschauen, nämlich Zero Famous. Das wäre ganz cool, wenn ihr da mal reinschaut. Oder auch ein Podcast, den ich auch noch mitmache. Film tief tauchen, auch interessantes Ding. Manchmal nicht ganz so interessant, wenn ihr Tele-Stammtisch, darum bleibt auch lieber hier. Aber ihr könnt auch mal reinluschern und möchte auch sagen, viel Spaß beim Essen und tschüss. Okay, und ich bedanke mich, dass ihr bis dahin noch zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail. sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020